... Musik Musik Komm alle mitmachen, sonst machen wir das hier auch nicht mehr. Nein. Ja. Das war's für heute. Musik 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 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready? Mäti! Fläden um! Moko, Mets go! Arme bleiben um! Arme bleiben oben und der Mund ist zu. Und dann sagt nochmal jemand, ready? Und alle, die nicht beim Parchment arbeiten, kommen her, ready! Schnell, 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 schnell! Boi! Marvin, dann sing du! Marvin? Also immerhin kann eins von drei Kindern singen. Das ist gut. Und dann... Zehn Fragen. Das ist ein Schwerfer. Der 16. Und dann auf der Blackstreet. Ich hab die Baby inedon. Schwerfer. Musik Stille Ja, ja, jetzt Verschmacht 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Applaus 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 Ready? Big Chiefs Leonard O Mogul Let's go Applaus 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 Den Kostakromm, der Klaue kann es sein, so try to love forever. Ain't no way, nothing better. Take me happy, let's be clear in the face. Ain't no way, nothing better. Musik 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 Wir sind hier am Drüsensee. Ich finde die Aussicht ja so wunderschön. Ich würde am liebsten dauernd hier Gottesdienst feiern. So mit Blick über die Pferde und auf den See. Wir sind zusammengekommen, um Gott Danke zu sagen für das schöne Wetter und um eine unbeschwerte und fröhliche Motorradsaison zu bitten. Danken möchte ich an dieser Stelle der Gaststätte von Horst Brandt, Frau Ahlsen und dem Team um Kalle-Haverland für die liebevolle Vorbereitung von diesem wunderschönen naturgetreuen Altar und für die Organisation der Ausfahrt im Anschluss. Erstmal haben alle Liederzettel erhalten, sonst kann man zum Beispiel zeigen sie sich nochmal. So, da hinten ist der Mann zum Beispiel, damit sie alle laut mitsingen können. Ich habe vorhin gehört, der Nacht um halb drei, der Winterverband singt, der kann auch bei unseren Kirchenlieder mitsingen. Sorry, das war nachts um halb eins. Okay, also ich bitte davon reichlich Gebrauch zu machen. Und Kirchenmusikdirektor Karl Lorenz am Keyboard und Susanne Diodonnet werden uns beim Singen auch ein bisschen unterstützen. Und so lassen Sie uns Gottesdienst feiern. Sie fangen jetzt schon mal an, auf Ihren Zettel zu gucken, ganz oben, damit Sie auch alle antworten können. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt höre ich, Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Liebe und der Liebe und der Liebe. Dankeschön. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Unser Gottesdienst heute heißt Ex-Audi. Erhöre Gott mein Flehen. Das ist der Name des sechsten Sonntags nach Ostern. Deswegen haben wir hier noch so schön österlich weiß geschmückt. Alle Texte für den heutigen Sonntag drehen sich um diese Zeit zwischen zwei Ereignissen. Ostern und Himmelfahrt sind gewesen, aber der Heilige Geist ist noch nicht da. Und ich denke, wir kennen alle solche Momente im Leben, wo irgendetwas vorbei ist und das Neue noch nicht wirklich angefangen hat. In jedem Menschenleben gibt es so etwas, wo vielleicht eine Partnerschaft zu Ende ist, aber die Neue noch nicht in Sicht ist. Oder wo der Arbeitsplatz gekündigt worden ist und der Neue noch nicht gefunden worden ist. Und in diesen Situationen bitten wir alle zu Gott, erhöre mein Flehen. Gott selbst will uns dienen durch seinen Geist und mit seinem guten, befreienden Wort. Und wir wollen ihm dafür Gebet und Lied danken. Und wir singen jetzt morgen, Licht leuchtet, die Melodie kennen Sie alle, Morning has broken. Und mal sehen, wie gut Sie das hinkriegen, nachts um halb eins. Und wir singen jetzt. Nachdem, wie gut sie das hinkriegen, nachts um halb eins. Und wir sind uns dienen, nachts um halb eins. Und wir singen jetzt morgen, die Neue noch nicht. Und wir singen jetzt morgen, wir singen jetzt morgen. Und wir singen jetzt morgen, wir singen jetzt morgen. Musik Die Sendung wurde im Auftrag von Funk Ja, wir sind ja! Und Marco? Einmal! Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.